Alles gut. Also, wenn der in deinen Augen im Abseits stand, dann ist das so, aber dann ist es kein Grund, in die Band zu treten. Okay, das wollen wir nicht. Wir wollen locker Fuster spielen hier. Es kann vielleicht sein, dass er im Abseits stand, aber das ist ein 14-jähriger Junge. Der pfeift das erste Mal an der Linie. Ja, wir haben das ja alle auf Video. Wenn er später so ist, dann ist es nun mal so. Aber wir wollen locker sein, okay?